Das Erzbistum München und Freising hat einen neuen Generalvikar. Christoph Klingan, 41 Jahre alt, Pfarrer in Poing bei München und früherer persönlicher Sekretär von Erzbischof Reinhard Marx. Klingan wird mit sofortiger Wirkung zunächst zum stellvertretenden Generalvikar ernannt. Er wird den bisherigen Amtsinhaber Peter Bär nach einer Übergangsphase ablösen. Dieser Wechsel bedeutet eine deutschlandweit einmalige Veränderung. Zukünftig wird eine Doppelspitze das erzbischöfliche Ordinariat in München leiten. Bestehend aus Christoph Klingan, dem geweihten Priester und einem Laien. Diese neu geschaffene Stelle der Amtsleitung muss noch besetzt werden.